Was hat mich motiviert mitzulaufen, dass ich ja selber schon persönlich jede Woche trainiere und hier jetzt einfach im Team auch noch mal zeigen kann, was ich drauf habe. Ja, gewinnen. Wir wollen wissen, wer der schnellste Einkäufer ist. Was hat mich motiviert, ist, dass so viele sich daran beteiligen. Ich finde, das sorgt für einen guten Zusammenhalt. Ich denke, wir sind einfach generell ein gutes Team. Es ist nicht so steif, es ist keine Pflicht, keine Verpflichtung dabei. Also das Besondere am Reuter-Team ist einfach die Dynamik, die man hier in dem Unternehmen spürt. Und es ist für mich schön, an dieser Sache mitzuwirken. Und gerade der Laufsport bringt dann auch den Kontakt zu anderen Kollegen aus anderen Abteilungen. Unser Ziel heute, auf jeden Fall schneller als das Controlling zu sein. Ja, genau. Ich bin top motiviert, heute hier eine gute Zeit hinzulegen. Ich finde, das ist eine gute Sache. Allein deswegen, dass man mit der ganzen Firma mal zusammenkommt, andere Leute kennenlernt. So kommt man zusammen und da wächst eine große Familie ran. Die Stimmung ist super mega, trotz schlechtem Wetter. Es macht einfach Spaß. Da kann man ja im Prinzip schon davon ausgehen, dass auch bei euch der Spaß im Vordergrund stucht. Also das Wetter ist mies, aber wir sind gut drauf und lass uns davon nicht unterkriegen. Drei, Zwei, Eins! Super geil. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich bin durchgelaufen. Ja, die Kraft hat ganz locker gereicht. Ich bin mit meiner Abteilung gelaufen. Wir sind alle gleichzeitig ins Ziel gekommen und das ist das, was wir uns dieses Jahr vorgenommen haben. Durchgelaufen, das war das Ziel.